Tradition trifft Innovation. Bei Pflitsch bilden diese scheinbaren Gegensätze die Grundlage für den außergewöhnlichen Erfolg, der unser mittelständisches Unternehmen zu einem Hidden Champion gemacht hat. Die Schönheit des Bergischen Landes inspirierte schon lange vor der Gründung unseres Familienunternehmens viele kluge Köpfe. Und bis heute sorgt sie bei Pflitsch für immer neue Ideen. Von hier aus werden wir auch in Zukunft gekonnt Zeichen setzen. Seit über 90 Jahren steht unser Pflitsch-Logo für höchste Qualität made in Germany und innovative Produkte für das industrielle Kabelmanagement, wie zum Beispiel unsere Pflitsch-Kabelverschraubungen, entwickelt für zukunftsweisende Anforderungen. Als Technologieführer liefern wir unseren Kunden Kabeleinführungen, die unter anderem für maximale Zugentlastung sorgen und durch das Prinzip der weichen Quetschung dabei so dicht sind, dass sie anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden und selbst strengste Normen erfüllen. Die Vielfalt innerhalb unseres Uni-Dichtbaukastensystems spiegelt die große Zahl der Einsatzgebiete der Pflitsch-Kabeleinführungen ebenso wieder wie unsere Produktserie für höchste Ansprüche Blue Globe. Diese umfangreiche Produktpalette erweitern wir immer wieder durch individuelle Lösungen für besondere Anforderungen. Auch die Kabelkanalsysteme made by Pflitsch bieten Individualität ohne Grenzen. Ob im Maschinen- und Anlagenbau oder in unterschiedlichen Industrien, die hohe Betriebssicherheit durch optimalen Kantenschutz ist aus vielen Branchen ebenso wenig wegzudenken wie die individuellen Streckenführungen. Spätestens wenn es darum geht, einen Kabelkanal auf ganzer Strecke öffnen zu können, sind die Lösungen von Pflitsch inzwischen unverzichtbar. Und wem das noch nicht flexibel genug ist, der ist mit unseren offenen Gitterkanälen bestens beraten. Zu jeder Lösung gibt es von Pflitsch die jeweils passenden Konfektionswerkzeuge und Maschinen, damit für unsere Kunden auch das Montieren möglichst einfach wird. Zu unseren Produkten sind unsere vielen Dienstleistungen die perfekte Ergänzung. Sie machen unser Systemangebot komplett. Weil jedes Erfolgsprojekt mit guter Planung beginnt, stellen wir unseren Kunden mit EasyRoot ein kostenloses Online-Planungstool zur Verfügung und helfen mit unserer Erfahrung gerne auch persönlich bei Konfigurationen. Als kompetenter Partner für die Entwicklung und Planung sowie für die Konfektionierung einbaufertiger Systeme und deren Montage lassen wir unsere Kunden auch mit größeren Herausforderungen nicht allein. In allen Produktbereichen gilt, wenn die Anforderungen eines Kunden über die Möglichkeiten unserer umfangreichen Produktpalette hinausgehen, entwickeln wir einfach die passende Lösung und stellen diese als Sonderanfertigung her. Natürlich wollen wir immer ganz sicher gehen, dass jedes Produkt zugfest, dicht und langlebig ist. Für viele Anwendungen unserer Kunden ist außerdem die Prüfung auf eine sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit besonders wichtig. Die besondere Nähe zu unseren Kunden leben wir nicht nur in der individuellen Beratung, sondern über die gesamte Produktionskette hinweg. Von der Entwicklung neuer Lösungen und der Herstellung erster Prototypen, über die CNC-gesteuerte Produktion hochwertigster Komponenten, bis zur gewissenhaften Montage der geprüften Einzelteile zu einsatzfertigen Produkten. Auch bei der individuellen Anpassung vorrätiger Komponenten an die Anforderungen unserer Kunden oder beim bestens organisierten Versand sind dabei die Mitarbeiter unser wertvollstes Kapital. Sie sorgen in allen Unternehmensbereichen mit großer Motivation und absoluter Zuverlässigkeit für zufriedene Kunden. Jeden Tag aufs Neue. Wir danken es jedem unserer über 200 Mitarbeiter, indem wir uns für ihn einsetzen. Die Gesundheit und die Arbeitssicherheit jedes Einzelnen sind uns bei Pflitsch ebenso wichtig wie ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Auch dafür, dass Beruf und Familie gut vereinbar bleiben, sorgen wir seit vielen Jahren aus Überzeugung. Denn unsere Unternehmenskultur des ausgewogenen Gebens und Nehmens sichert die hohe Qualität sowie die schnelle Verfügbarkeit aller Pflitschprodukte. Mit kontinuierlicher Ausbildung in allen Bereichen sorgen wir dafür, dass diese Vorteile auch in Zukunft erhalten bleiben. Ganz im Sinne unserer Kunden und Partner. Jeder unserer Mitarbeiter steht mit seiner Qualifikation für die besondere Pflitsch-Kompetenz, die unser globales Denken und Handeln bestimmt. Im Netzwerk mit internationalen Vertriebspartnern beliefern wir über 6000 Kunden in mehr als 35 Ländern. Durch die Mitarbeit in internationalen Verbänden und Gremien, wie zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Normen und Standards, setzen wir bei Pflitsch Maßstäbe, mit denen wir immer wieder Grenzen überschreiten. Alles für ein Ziel. Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden.